Dann los, begib dich nach oben. Ah, easy. Ach, mit Pfeiltasten spielt man das? Ja, ist doch easy. Das Game kannst du nicht mit, das ist viel schwieriger als F4. Seht ihr das? Man nennt mich auch ein Naturtalent, ne? Ja, ich glaube, ich sehe schon, in was für eine Richtung sich das hier entwickelt. Ich glaube, die 14 Euro holen wir uns gleich von Steam wieder zurück, Chat. Mit dem Grund, es war mir zu schwer. Spring mal einfach drauf. Du! Alles gut, wir machen jetzt, komm, wir machen jetzt einen ganz ruhigen. Von unten nochmal anfangen. Weißt du? Ganz ruhig, guck mal jetzt. Zack. Zack. Ohne Fehler. Einfach flawless durch. Zack. 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 Bam. Alles gut, das ist ja nicht Dings. Ruckzack. Einfach so ein kleiner entspannter Sprung muss man da noch machen, Chat. Aber jetzt wisst ihr es ja dann. Es ist ein cooles Spiel. Ich finde es ganz witzig. Macht richtig Spaß. Aber ihr seht, ich bin tiefenentspannt, Chat. Mich bringt das nicht so schnell aus der Ruhe. Ich bin ja noch einmal dagegen für seinen Vater. Ich weiß jetzt mal kurz. Ich weiß glaube ich wie. Man darf es nicht. Boah. Wenn ich jetzt hier runterfall, dann kannst du mich knallen. Ist lustig, ist lustig. Bis jetzt ist noch spaßig so das Spiel. Bis jetzt ist geil, bis jetzt ist geil. Ja, bis jetzt ist es geil. Wie geht's. Ohhhh... 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 Auhhh AUEH ANOGH so jetzt 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 alles gut alles gut das können wir jetzt ist absolut einfach jetzt flawless so krass so krass so krass ist krass ist krass warum mache ich das warum mache ich das warum mache ich das so ja 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 Besser als der Rest. Und jetzt ist die Ruhe. Also bis hierhin easy. Bleibe ich dabei, sage ich, wie es ist. Bis hierhin ist alles gut. Das ist cool. Man muss ja auch erstmal gucken, wo was ist. Weißt du, wie ich meine? Man kann ja nicht direkt jetzt hier rein, überall. Ist ja alles gut. Für mich ist es kein Ding. Weil ich kann das einfach jetzt schon. Ist geil, ist das ein cooles Spiel? Ein geiles Spiel. Ist geil, ist geil, ist geil, ist geil. Ist geil. Warum lade ich denn auf? Ich weiß doch, dass man sich aufladen soll. Warum mache ich es denn trotzdem, hä? Ach ja. Schieb's mir doch in den Arsch, die Flasche. Es ist witzig, Jack, ne? Ich finde es witzig. Voll lustig. Voll. Kannst nicht reinspringen, ne? So fett wie... Ich bin... Der, der ist... Der ist... Der ist so gottlos. Warum spiele ich das überhaupt, der gar? Guck mal, der kommt ja nicht mehr hoch. Bann, haltet doch mal die Fresse jetzt, Jack. Seid mal leise, ich schwöre. Oh, jetzt. Ey, 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 ey. Guck mal, ich mach jetzt einen Song an. Guck mal, macht, lacht und macht und tut, wie ihr wollt in eurem kleinen, mickrigen Piss, Jack. Ich mach jetzt einen Song an und dann bummst ich hier die Welt. Jetzt Flawless Run. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für Flawless Run? Jetzt. Ab jetzt, ab jetzt, wenn der Song kommt. Jetzt geht's los. Und jetzt. Geht's los. Jetzt, Chat. Jetzt. Clip it. And. Fucking. Ja. Und da seid ihr wieder, ihr schmutzigen, mickrigen, stinkenden Chatter. das ist krass das krasse 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 zu einfach und jetzt zur musik wie ein könig es ist vorbei aniken ich stehe deutlich über dir auf einer reise den ring ins feuer zu schmeißen